In diesem Video schreiben wir ein Programm, um einen String in ein Array aufzuspalten. In dem Video über Schleifen haben wir eine Funktion geschrieben, die hieß join und mit der konnte man die Elemente eines Arrays zu einem String zusammenfügen. Wir haben der Funktion join ein oder mehrere Zeichen übergeben, die als Trennzeichen in dem String verwendet werden sollten. In diesem Video möchte ich nun die Funktion split schreiben und die soll genau das Gegenteil von der join-Funktion machen. Join ist Englisch für zusammenfügen, verbinden, split ist Englisch für aufspalten. Und diese Split-Funktion soll den String anhand des Trennzeichens wieder in ein Array teilen. Wie geht das Ganze? Öffnet wieder eure Konsole und wir legen uns erstmal eine variable string an. Und das setze ich jetzt mal auf einen String, wo ich der Einfachheit halber mal nicht den Cast von das schweigende Lämmer nehme, sondern einfach hier irgendwie das ABC oder was auch mache mal einfach nur ein paar Buchstaben mit Trennzeichen und fertig. Als Trennzeichen habe ich jetzt hier so einen senkrechten Strich genommen, wie man den auch für das logische oder verwendet. Ihr könnt aber auch ein anderes Trennzeichen verwenden. Jetzt geht es daran, die Split-Funktion zu schreiben und wie ich eben schon gezeigt habe, wird der Split-Funktion der String übergeben, der in ein Array gespalten werden soll und die Trennung, ich nenne das mal Delimiter, das ist Englisch für Trennzeichen, und daran soll dann der String getrennt werden. Wenn ihr diese Videoserie bis hierhin geschaut habt, dann habt ihr bereits das Wissen, um diese Split-Funktion zu schreiben. Wenn ihr wirklich programmieren lernen wollt, dann müsst ihr eigene Erfahrungen sammeln, das heißt pausiert an dieser Stelle das Video und versucht diese Split-Funktion wirklich mal selbst zu implementieren, also selbst umzusetzen, damit ihr Erfahrung bekommt und diese Denkweise bekommt, um halt so programmieren zu können. Ansonsten zeige ich euch jetzt, wie das geht. Um den String an diesen Trennzeichen aufzuspalten, müssen wir diese Trennzeichen überhaupt erstmal im String finden. Wie kriegen wir das hin? Wir müssen überhaupt erstmal danach suchen. Ich mache mal eine Vorschleife mit der Iterationsvariable i und diese Variable soll hochgezählt werden, und zwar solange es kleiner als StringLength ist, oder strLength. Hier zählen wir das hoch mit i++. Und jetzt können wir immer die einzelnen Zeichen von dem String auslesen, der hier der Funktion übergeben wird. StrL i geht jetzt quasi jedes Zeichen im String ab und bei jedem Zeichen müssen wir gucken, ob das das Trennzeichen ist. Ist an der Stelle String i dieses Trennzeichen? Das muss natürlich in ein if. Die Frage ist, was kommt dann? Fürs erste geben wir hier mal an dieser Stelle einfach nur den Index innerhalb des Strings aus, wo wir das Trennzeichen gefunden haben, und probieren jetzt mal die Split-Funktion. Ich übergebe den String und diesen senkrechten Strich und wir sehen hier, an der Stelle 3 ist ein Trennzeichen, an der Stelle 6, an der Stelle 11 und an der Stelle 18 und 28. Jetzt haben wir es also schon geschafft, die Trennzeichen innerhalb des Strings zu finden. Was wir jetzt hinkriegen müssen, ist, dass wir die Strings, die zwischen den Trennzeichen stehen, in ein Array verfrachten, als eigene Elemente des Arrays. Das bedeutet, ich nehme jetzt erstmal diese Split-Funktion und mache mir hier eine zweite Variable, die ich res nenne und auf ein leeres Array setze. Das soll das Array sein, das befüllt wird innerhalb dieser Schleife dann und dann am Schluss zurückgegeben wird. Das heißt, das können wir hier an dieser Stelle schon machen. Hier gebe ich dann das ResultArray zurück. Aber wie bekomme ich das hin, dass ich die Strings, diese kurzen Abschnitte aus dem großen String herausnehme? Ich mache mir hier mal eine dritte Variable, die ich tempString nenne, also zeitlich vergänglicher String so frei übersetzt. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich hier an dieser Stelle statt des Alerts eine zweite Vorschleife mir erstelle. Und wenn ich mir jetzt hier eine Variable erstelle, darf ich die nicht i nennen. Denn i gibt es bereits schon und dieses i gilt innerhalb dieser kompletten Funktion, das ist der Functionscope, von dem ich euch einmal erzählt habe. Diese Variable i gilt hier in der kompletten Funktion. Deswegen muss ich die Variable an dieser Stelle anders nennen und ich nenne sie einmal j. Auch hier beginne ich erstmal bei 0 zu zählen, aber jetzt zähle ich nur von j bis hin zu i hoch. Ihr werdet gleich sehen, was ich hier mache. Ich gehe nämlich an dieser Stelle nochmal durch den String, aber an dieser Stelle möchte ich keine Trennzeichen finden, sondern die Abschnitte bis hin zu den Trennzeichen als eigene Strings extrahieren. Wie mache ich das? Ich nehme unseren tempString und füge zu diesem tempString den jeweiligen Buchstaben – Moment, nicht i, das ist wichtig, nicht i, sondern j – hinzu. Und sobald dieser tempString fertig ist, füge ich den dem ResultArray hinzu und gucken wir mal, wie das sich jetzt verhält. Probieren wir nochmal, das mit dem String und dem Trennstrich aufzurufen. Und wir sehen, hier die erste Stelle ist tatsächlich richtig extrahiert. abc war der erste Abschnitt im String. Der zweite ist allerdings abc, abcde. Danach kommt abc, abcde, abcde, fghi und das wird immer länger und länger und länger. Vielleicht seht ihr schon den Fehler. Ansonsten zeige ich euch, was wir an dieser Stelle nämlich vergessen haben. Der tempString ist am Anfang leer. Er wird an dieser Stelle dem Array hinzugefügt, aber wenn dann der nächste Abschnitt herausgefiltert werden soll, steht am Anfang des tempString noch immer der Inhalt des letzten Abschnitts. Wir müssen den also an dieser Stelle wieder auf einen leeren String setzen, damit wir bei neuem starten. Probieren wir das mal. Und tatsächlich, jetzt ist das Problem von eben gelöst. Was wir hier aber sehen ist, dass wir immer halt, wie man hier sieht, bei null anfangen, die Abschnitte herauszufiltern. Und das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Ganz am Anfang wollen wir zwar beim ersten Zeichen, also beim nullten Zeichen anfangen, aber sobald wir den ersten Abschnitt herausgenommen haben, wollen wir bei dem letzten Trennstrich anfangen. Wie machen wir das? Wir müssen uns die Stelle des letzten Trennstrichs irgendwie speichern. Deswegen erstelle ich hier noch eine vierte Variable, die ich Last Delimiter nenne. Und die setze ich jetzt hier mal auf null. Und diese Variable nehmen wir hier als Startwert für j. Probieren wir das mal aus. Und es hat sich noch nichts verändert, weil wir Last Delimiter jetzt ja auch nicht verändern. Das heißt, es bleibt die ganze Zeit eigentlich auch bei dem null. Was wir also tun müssen ist, dass wir Last Delimiter irgendwo auf einen anderen Wert setzen. Und ich möchte, dass ihr auch jetzt nochmal auf Pause drückt und überlegt, an welcher Stelle wir Last Delimiter auf welchen Wert setzen müssen. Die Antwort ist, wir müssen Last Delimiter ja irgendwo auf den Index des letzten Trennzeichens setzen und das ist die Variable i hier in diesem if. Was passiert, wenn wir Last Delimiter an dieser Stelle auf i setzen? Probieren wir es mal aus. Das kommt raus. Leere Strings. Wieso ist das so? Wir setzen hier Last Delimiter auf i und gehen dann in die Schleife, in der wir von j, was wir auf Last Delimiter setzen, bis i gehen, was auch Last Delimiter ist. Das heißt, angenommen i ist 3, dann setzen wir Last Delimiter auf 3 und j auf 3 und zählen dann von 3 bis 3. Da ist nichts zwischen. Und deswegen sind auch die Strings leer, weil da quasi nichts zwischen ist. Das heißt, wir müssen diese Zuweisung von Last Delimiter an eine andere Stelle packen, und zwar an diese hier. Nicht oben, sondern unten in dem if-Teil. Probieren wir das jetzt mal aus. Und tatsächlich, das Ergebnis sieht schon sehr gut aus. Das einzige ist, dass wir hier noch immer die Trennzeichen mit drin haben. Was müssen wir also tun? Wir setzen Last Delimiter nicht auf i, sondern auf i plus 1. Probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Und wir haben das Ziel erreicht. Wir haben jetzt einen String an bestimmten Trennpunkten in ein Array aufgespalten. Ich finde diese Funktion jetzt allerdings schon relativ komplex. Was ich machen möchte, ist, dass ich die Funktion in zwei Teile teile. Ich möchte eine Funktion substring nennen, und diese Funktion macht das, was wir hier im if-Teil gemacht haben, nämlich, dass sie einen Unterstring, einen Ausschnitt aus einem String zurückgibt. Man übergibt der Funktion den String, aus dem man einen Ausschnitt haben möchte, und dann den Startindex, von dem man aus starten möchte, einen Teilstring zu extrahieren, und den Endindex. Wir können jetzt einfach mal diese Vorschleife nehmen. Ups, das ist etwas zu viel eingerückt, beziehungsweise immer noch. Okay, alles so. Da ist einiges noch drin, was wir nicht brauchen, und einiges, was uns fehlt. Also. Wir müssen dann natürlich hier einen temp-String haben. Und dieser temp-String ist der String, der zurückgegeben wird. Und wir beginnen nicht bei last delimiter, sondern bei start und enden bei end. Probieren wir das mal aus. Ich rufe das mal mit dem String hallo auf, und von 2 bis 4 soll was zurückgegeben werden, und das ist ll. Super! Jetzt schreiben wir dann mal die Split-Funktion so um, dass wir diese Substring-Funktion benutzen. Das heißt, hier weisen wir dann dem Array nicht den temp-String zu, sondern die Rückgabe von substring. Und wir wollen einen Substring von last delimiter bis hin zu i. Die Variable temp-String brauchen wir dann hier in der Split-Funktion nicht mehr. So. Probieren wir jetzt die Split-Funktion nochmal aus. Und da bekommen wir einen Fehler, weil ich substr geschrieben habe und nicht substring. Probieren wir es jetzt nochmal. Und jetzt haben wir genau dasselbe Ergebnis wie vorher, nur dass wir hier die innere Schleife ausgelagert haben in eine eigene Funktion und jetzt zwei Funktionen haben. An dieser Stelle möchte ich aber nochmal etwas Neues machen. Und zwar kann es ja auch sein, dass die Trennung nicht nur aus einem Zeichen besteht, sondern, ich hatte das mal in einem Video gezeigt, dass ich als Trennung ein Leerzeichen, zwei Dollarzeichen und ein Leerzeichen verwendet habe. Wie würde die Split-Funktion damit zurechtkommen? Probieren wir es mal aus. Und das ist das Ergebnis, ein leerer String. Das heißt, wir müssen die Split-Funktion jetzt mal aufrüsten, damit die auch fähig ist, mehrzeichige Trennungen zu verarbeiten, falls mehrzeichig ein Wort ist. Wenn nicht, habe ich es jetzt erfunden. Wie machen wir das? Auch hier gilt wieder, pausiert das Video, denkt einmal selbst nach und ansonsten zeige ich es euch jetzt. An dieser Stelle passiert das Finden der Trennungen. Hier haben wir String i, also ein Zeichen, und das vergleichen wir mit dem Delimiter, der unter Umständen mehrere Zeichen umfassen kann. Was wir machen müssen, ist, dass wir schon an dieser Stelle mehr Zeichen herausnehmen. Und da kommt es zugute, dass wir uns gerade die Substring-Methode geschrieben haben, denn mit der können wir sagen, beziehungsweise mit der können wir gucken, ob von der Stelle i bis hin zu i plus Delimiter Punkt Length der Bereich diesem Delimiter entspricht, diesem Trennzeichen. Das heißt, jetzt nehmen wir den Substring von i bis hin zu i plus, wenn da der Delimiter ist, plus halt diesem Delimiter. Und diesen Substring vergleichen wir, also diesen Unterstring, diesen Teilstring vergleichen wir mit dem eigentlichen Delimiter. Und wenn dieser Teilstring dem Delimiter entspricht, dann nehmen wir den Teilstring vom letzten Trennzeichen, vom letzten Delimiter bis hin zu i und weisen das dann dem Array hier zu. Und dann müssen wir Last Delimiter nicht auf i plus 1, sondern i plus Delimiter Length setzen. Die 1 war vorher quasi, weil der Delimiter, den wir zu Testzwecken verwendet hatten, nur ein Zeichen lang war. Probieren wir das jetzt mal aus. Und tatsächlich, die Split-Funktion funktioniert jetzt so. Sie lässt jetzt also auch Trennzeichen zu, die mehrere Zeichen lang sind. Und nun möchte ich euch enttäuschen und sämtliche Illusionen rauben. Denn das, was wir gerade gemacht haben, gibt es schon längst. Auch das mit den mehrzeiligen Trennzeichen funktioniert hier. Und wir haben sogar hier so eine Substring-Methode, der wir Indizes übergeben können, zum Beispiel 3 bis 15 und heraus kommt ein Teil-String vom Index 3 bis 15. Was ich euch die ganze Zeit nicht gesagt habe, ist, dass es diese Funktion bereits gibt. Aber ich wollte, dass ihr seht, dass eure Kenntnisse bereits soweit reichen, diese Funktion theoretisch selbst zu schreiben. Und gerade in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Ihr probiert einfach Dinge aus, stößt auf Fehler, guckt, was die Fehler verursacht, löst diese Fehler, probiert neue Dinge aus und so weiter. So funktioniert einfach Entwicklung. Vielleicht erinnert ihr euch noch auch an die Push-Methode, die wir auch mal geschrieben haben. Da haben wir ein Array angenommen und ein Element. Und wir haben das Element dem Array hinten dran gefügt in dieser Weise. Und jetzt mache ich mir mal ein Array, beziehungsweise ich nehme mir einfach das hier und pushe da daran irgendwie zum Beispiel die Zahl 28. Und wenn wir uns jetzt das Array angucken, ist hier hinten dran eine 28. Auch hier habe ich euch noch nicht erzählt, dass es auch diese Push-Methode schon gibt. Wenn wir uns jetzt das Array angucken, haben wir hier die Zahl 29 hinten dran gepusht. Und die Join-Methode, die wir in dem Video mit den Schleifen geschrieben haben, gibt es auch schon. All diese Methoden gibt es schon und all die habt ihr quasi jetzt schon selbst geschrieben. Was euch vielleicht auffällt, ist, dass wir die Methoden, die wir geschrieben haben, so aufrufen, dass man zuerst den Funktionsnamen schreibt und dann in Klammern als Parameter das Objekt übergibt, auf das es angewendet werden soll. Und hier funktioniert das so, dass wir zuerst hier dieses Array nehmen und dann einen Punkt schreiben und dahinter den Namen der Funktion. Das kennt ihr theoretisch schon von dem Length-Attribut, weil auch da das so ist, dass wir hier einen Punkt schreiben und dahinter etwas in dem Fall length. Und als ich euch dieses Length-Attribut vorgestellt habe, da habe ich gesagt, dass hier eine Liste erscheint und ich euch später in der Videoserie erkläre, was es mit dieser Liste auf sich hat. Hier in dieser Liste steht das Length-Attribut und hier könnt ihr Push sehen und da auch Join. Was das Ganze ist und was es hiermit auf sich hat, das zeige ich euch im nächsten Video. Um das zu sehen, klickt hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr dieses Video an einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran.